Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zum 27.05. Wir sind heute und morgen in der Stiermond-Energie. Morgen zieht auch die Venus in den Stiermond ein. Das Venus- und Mars-Orakel, wisst ihr ja, habt ihr in der Infobox bzw. als Kanalmitglied zugesandt bekommen. Und als Tagesenergie haben wir 27.05, die 32 dazu. Und das sind, schaut mal, die Bildsprache ist so toll, wie ihr euch abwendet von, wir sind immer noch im rückläufigen Merkur, von Wiederholungen, von Schattenwiederholungen. Also der Ring und der Mond zusammen ist diese chronische nervliche Belastung, wo man anstrengende, nervenaufreibende Beziehungen und Verbindungen hat. Wo man gedanklich immer wieder um die gleichen Themen kreist, wo man immer wieder drüber sinniert und in einem permanenten Krümeln ist, wo man chronisch belastete Nerven hat. Und da ist jetzt hier, Sommer-Sonnenwende, rückläufiger Merkur, stetige Wiederholung da drin. Und das ist dann hier so die Venus, die pum 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 pum. Aber so ein bisschen mit der Überschrift, die ja auch gut ist, das fühlt sich immer nur für den Moment nicht gut an, mit der Überschrift, ich kann nicht mehr. Ja, ja, das steht hier diesmal so drüber. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Erschöpft, ja, das Schlagwort ist erschöpft. Warum? Weil es halt immer wieder die gleiche nervliche Thematik, nervliche Belastung ist. Und deswegen, ne, das ist ja dann das Geschenk des rückläufigen Merkurs, ne, dadurch, das ist dann immer eine Phase, wo man das extrem merkt. Und das ist dann auch immer etwas, wo man weiß, dass das nicht aufhören wird, ne, weil der rückläufige Merkur immer Thematiken auf den Tisch bringt, die, ja, einfach als, äh, im System sind, ne, so möchte ich es mal nennen. Im System abgespeichert sind, ne, und wenn man, das sind Dinge, wenn man darauf wartet, dass die sich ändern, dann wartet man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne. Und, ähm, der rückläufige Merkur schenkt, schenkt, ich weiß, das fühlt sich nicht immer nicht an wie ein Geschenk, ne, das dem Bewusstsein, ja. Also, jedes Mal, wenn wir in der Energie des rückläufigen Merkurs sind, kommen wir ein Stück weiter in diese Bewusstwerdung, die dann dabei hilft, ne, irgendwann, ähm, dieses Energiefeld, ne, diese Situation zu cutten und zu verlassen, ne. Und da wir gerade im, im Auge des Sturms vom rückläufigen Merkur sind, ne, also sprich, der geht ja noch die nächste Woche, ähm, und das halt eben die vorbereitende Kraft, ne, die vorbereitende Energie für die Sommersonnenwende ist, ähm, wird das jetzt dieses Wochenende extrem. Also, ich hab das gestern schon gemerkt, hier auf unseren, äh, Vatertagsveranstaltungen, ich bin auch noch ein bisschen groggy. Ja, aber ich war, äh, mit Fahnen dran, ich war Fahrerin, das heißt, ich konnte mir das Ganze mal, ähm, nüchtern, äh, betrachten, ja, das war echt nur Holladiewaldfee, ne, Holladiewaldfee, ne, Holladiewaldfee, ja, 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 aber gut, ne, jeder, wie er's braucht, wisst ihr ja. Gucken wir mal rein, was wir noch dazubekommen können. Und, dass die, ne, 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 ein Abschluss davon, ja, also mal abgesehen von der Bildsprache, ne, dass die Venus hier mit dem, dass sie in den Stier zieht, ähm, sich davon verabschiedet, ne, hier, das, das verlässt, ja, das, ähm, sehe ich auch energetisch, weil wenn der rückläufige Merkur endet nächste, also nicht, nicht jetzt das Wochenende, sondern nächstes Wochenende mit dem Löwemond, ne, das heißt, da ist dann auch neue Energiearbeit fällig. Und, das ist jetzt so der, der, ähm, Gipfelpunkt, ne, der Gipfelpunkt, ne, der Gipfelpunkt, das, ähm, haben wir ja auch in der aktuellen Energiearbeit, ne, der Gipfelpunkt der, äh, Bewusstwerdung sozusagen, ja. Ne, ne, und was das auch immer ist, ja, ob das jetzt nun Partner, Freunde, ne, Ancestors, also hier, äh, familiäre Situationen, ne, Sachen auf Arbeitsplatz, das werdet, wo ihr gedanklich, ne, die, die, ähm, eine starke nervliche Belastung habt momentan, dass, äh, ob euch meinetwegen, äh, übers Wochenende schlecht wird, weil ihr Montag wieder auf den Arbeitsplatz gehen müsst, ja, oder ob ihr jetzt, äh, übers Wochenende in der, in euren familiären Situation, ja, was hat, was eure, was euer Nervenkostüm, ne, nicht mehr aushalten kann, das werdet ihr dann, äh, selbst wissen, ne, oder merken. Der Schaulienmeister. Anmut in Bewegung und Aktion, ja, ich nehme das mal, das anmute ich mal weg, ja, das nehmen wir gleich mit dazu, ne, erst mal, Es gibt halt Bewegung und Aktion, ja, welche, ne, haben wir hier schon erklärt, schwing, 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 ne, und Anmut wird mir halt, äh, wird mir halt, äh, für, ähm, erhaben, erhaben, ja, erhabenheit, ne, ich habe etwas erfasst, ja, und jetzt, ähm, man lässt sich nicht mehr herab. Okay. Man lässt sich nicht mehr herab, ja, man hat etwas, ne, Bewusstwerdung, ja, man hat eine Bewusstwerdung und, ähm, das ist auch, äh, das herablassend behandelt werden, ne, was ist, wann, wann und wie wird man herablassend behandelt, wenn man, wenn man, das ist halt eben das, äh, Gegenteil von Wertschätzung, ne, wenn man nicht, ähm, ja, wenn man eben, äh, keine Wertschätzung bekommt, ne, das Gegenteil von, äh, Wertschätzung ist, Egoismus und, äh, eine herablassende Art, ja, keine Rücksicht auf, äh, Gefühle genommen wird, ne, und das ist das, äh, wo Bewegung und Aktion reinkommt, ne, Man fängt an, ne, wenn man jetzt hier, hier, da haben wir erstmal den Sprung, ne, da setzt man zum Sprung an und dann fängt man eben auch an, sich dagegen zu wehren, ne. Das tut weh, das ist was, was weh tut, ganz klare Kiste, ne, und wo man dann bislang, ja, hier, ne, wiederholt, um Anerkennung gekämpft hat, ähm, kommt man jetzt in seine Anmut, also in seinen Wert, ne, und da, ne, marschiert ab. Ja, und warum macht man das, ne, um in seinen Frieden zu kommen, ne, um in seinen Frieden zu kommen, ne, um in seinen Frieden zu kommen und, ja, Gerechtigkeit, ne, Das ist ja wieder, mir wird das, momentan wird mir die Lilie ständig als oberstes Gericht gegeben, ne, als Balance. Es ist eine Entscheidung. Das, äh, hatten wir auch gestern in der, ähm, YouTube-Botschaft, ne, gestern Nachmittag hatte ich das auch reingestellt, ne, Beobachte dich, ne, wo, wo, äh, rauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, ne, wo du deine Zeit rein investierst, ne, Also wenn man da halt eben immer wieder seine Zeit rein investiert, so nach dem Motto, ne, der andere Beteiligte muss das doch mal verstehen, Ja, dann, äh, nimmt das natürlich auch immer mehr Raum ein, kostet immer mehr Kraft, ne, und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was wir eingangs schon erklärt haben, das führt dann irgendwann zur Erschöpfung. Und hier, ähm, lässt die Venus, wenn sie dann im Stier ist, kommt sie in ihre Anmut, ja, in Bewegung und Aktion und wehrt sich dagegen, um in ihre Balance, in ihre innere Mitte, ne, um endlich in Frieden zu haben, um in die Ruhe zu kommen. Ja, haben wir ja auch hier die 30 und am 30. ist der Neumond. Neumond. Ja. Ja, 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 ihr Hübschen. Schaut, haben wir hier auch als Unterseite, haben wir hier auch, ne, die Sense, ne, das sind Verletzungen, ne, rückläufiger Merkur, Ring, ne, Wiederholung, immer wiederkehrende Verletzungen und da, nein, kommt man jetzt in seinen Wert, ne, findet seinen zurück in Anmut, ne, und wehrt sich, ne, dagegen, hier, ne, die kommt wieder runter, ne, zum x-ten Mal, ne, weil, wie gesagt, Wiederholung, und die wird jetzt, pong, ne, zurückgeworfen. Fum, weg damit. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ja, ist immer das Gleiche, gibt sowieso keine Veränderung, sowas halt, ne. Ja, ihr Hübschen. In welcher Situation das bei euch so ist, ja, wo euch der rückläufige Merkur durch die Wiederholung das Geschenk macht, die Bewusstwerdung dafür zu kriegen, was man verlassen sollte, welche Energie man verlassen sollte, Person, Situation und so weiter und so fort, werdet ihr dann dieses Wochenende, ne, selber merken. Okay, dann entlasse ich euch mal. Bis dann. So haben.